Hi, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Anime Buster mit Matze, Servus und mir Miki. Was geht ab? Wir reden wieder über die Nachrichten der Anime-Welt aus der letzten Woche, was da alles so vorgefallen ist, Spannendes. Wir haben wieder ein neues Label für Webtoons, damit wir noch mehr Releases in der Monatsvorschau haben. Ähm, mehr zweite Staffeln, wir können mal wieder über One Piece Film Red reden, das haben wir schon lange nicht mehr. Ja. Es ist immer was los. Und am Ende gibt's die Monatsvorschau, wie ihr es kennt, aber ganz am Anfang, wie ihr es auch manchmal kennt, hat Matze euch wieder in den Anime mitgebracht. Ja, und zwar KSM bringt heraus Farming Life in Another World. Das muss ich sofort vorweg sagen, das ist nicht derselbe Anime, wie dieser Kerl, wo I've somehow gotten stronger when I approved my farm related skills. Die zwei Animes sind unterschiedlich. Der andere, der somehow, ist der, wo er am Anfang einen Drachen mit einer Karotte abschießt. Also das ist der dämliche Unsinn. Der hier, Farming Life in Another World, ist mehr ein Entspannungsanime. Das ist mehr Stardew Valley. Und das ist logischerweise so die typische Formel von einem Isekai, wo natürlich auch ein großer Harem angesammelt wird. Aber es ist halt das Übliche, dass einer sich zu Tode schafft und dann in der Fantasy-Welt einfach nur einen ruhigen Lebensabend haben möchte. Und die Göttin sorgt dafür, dass er das kann, gibt ihm im Endeffekt ein Werkzeug, das richtig übermenschlich ist, mit dem er alles Mögliche im Alleingang machen kann. Er kann sein eigenes Häuschen bauen, seine eigenen Felder bewirtschaften und er kann es gegen all die Monster in dem Wald, wo er abgesetzt wird, verteidigen. Also ist er ganz glücklich und wird eigentlich ganz sein Leben als Einsiedler dort verbringen. Und dann kommen lauter Leute, die es dahin verschlägt. Meisten davon sind irgendwie Flüchtlinge oder sonst wie Vertriebene, weil keiner würde freiwillig in diesen verdammten Wald reingehen, weil er voll ist von gefährlichen Monstern. Das scheint nur ihn nicht zu jucken. Es ist ein netter Anime. Er ist besonders in der Hinsicht anders, dass es dann sehr, sehr angenehm, wholesome wird und sogar zum Ende einer von den neuen Einwohnern des Dörfchens dort schwanger wird und die ganze Bagage sich dann um sie scharrt und einen auf Mutter Henne macht, auf Glucke, um sie zu pflegen und zu umsorgen. Ist sehr putzig. Okay. Hm. Ja, den habe ich eigentlich gesehen. War der aus diesem Jahr oder letzten Jahr? Ich glaube, der war aus letztem Jahr noch, oder? Die Isekai-Welt bewegt sich so schnell, ich kriege das schon alles gar nicht damit. Mein Zeitfenster ist auch komplett zerstört, aber ich glaube, das ist aus diesem Jahr gewesen, oder? Das ist noch aus diesem Jahr, weil wir haben, also wir haben den auch später noch in der Monatsvorschau noch, weil der kommt ja jetzt im November am 9.11. Und, ah ja, tatsächlich, war noch Anfang des Jahres, ja. Krass. Ich weiß nämlich noch, wie du drüber geredet hast, dass da irgendwie einer am Ende schwanger wird und dass es vielleicht noch irgendwie interessanter wird gegen Ende, beziehungsweise wie er sein Harem-Dorf aufbaut. Ja, ja. Äh, ja. Ach ja. Aber gut, äh, ihr habt ja gehört, falls euch, äh, das interessiert, Starter Valley mit Harem, mit Isekai, ähm, gibt's es am 9.11. bei Chaos im Anime. Und jetzt kommen wir zum Regularly Scheduled News Programming. Mhm. Ja. Und fangen an mit den Nachrichten aus Deutschland. Und wir haben mal wieder eine spannende Lizenz-News bei CrossCold. Wir haben jetzt schon die letzten paar Mal über Sachen beim Manga-Cold gesprochen, über irgendwelche interessanten Manga, die sich gesichert haben. Und die anderen Verlage, ne, die müssen sich mal ein bisschen anstrengen, wenn sie jetzt hier auch schon am Anfang im News-Sektor erwähnt werden wollen. Ja. Irgendwie mit coolen Lizenzen. So, ich suche mir das nicht aus, das ist jetzt nicht so. Okay, der Dimbo da arbeitet ja beim Manga-Cold. Man könnte schon sagen, ich, ich, ich hab Favoritism vielleicht dahin. Mhm. Ähm, aber nicht, aber eigentlich nicht deswegen. Die bringen halt interessante Sachen raus. Und eine dieser weiteren interessanten Sachen ist jetzt Kikis Delivery Service. Und zwar die ursprünglichen Romane davon. Ja, eine spannende Sache. Studio Ghibli hat ja eine Vorliebe davon, so Jugendromanen und Kinderromane irgendwie zu umzusetzen, ne. Aber viele sind aus dem westlichen Bereich. Nicht so das hier. Das ist original japanisch, ne. Ja. Das ist eine japanische, ja, so, äh, äh, Coming-of-Age-Geschichte. Ein bisschen Bildungsroman-mäßig mit einer Hexe halt. Ghibli hat einen Film dazu gemacht. Beziehungsweise Miyazaki hat ihn auch Regie geführt. Und jetzt zum ersten Mal wird's die Bücher auch auf Deutsch geben. Und zwar angefangen im April 2024. Dann kommt der erste Band raus für 15 Euro jeweils. Jo, schöne Sache. Ja, find ich auch sehr cool. Und dann hat, ähm, Carlsen-Manga jetzt noch ein neues Sub-Label angekündigt. Die haben ja schon eins mit, ähm, Hayabusa, wo dann so ganz viele Boys-Love-Sachen halt rauskommen. Und, ähm, jetzt haben sie noch C-Lines angekündigt, dass sich auf Webtoons fokussieren wird. Und die in Print rausbringen wird. Ui. Anfangen soll das dann im Sommer, beziehungsweise im, im Frühjahr 2024 und Sommer. Da kommen dann die ersten paar Titel raus. Sie haben auch schon einige, äh, äh, Lizenzen vorgestellt. Ich muss sagen, ich bin bei Webtoons nicht so drin. Das Einzige, wovon ich davon mal gehört hab, ist The Omniscient Reader. Hm. Ähm, der Rest sagt mir alles nix. Aber es ist auf jeden Fall eine wilde Mischung. Das sieht so aus wie, ähm, Romanze am Hof, Shoujo-Stil oder Post-Apocryptial Science-Fiction und auch Boys-Love, einige unterschiedliche verrückte Dinger. Also, ja, auf jeden Fall Abwechslung dabei. Ja, das auf jeden Fall. Also, wer sich da auch für Webtoons interessiert, der kann dann in Zukunft sich drauf freuen, die auch in sein Regal stellen zu dürfen. Über C-Lines. Also, C-Linien. Genau. Ja. Gut. Kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung. Da gibt's zum Beispiel... Mukuwa Renakata Murabitoa. Okay, Matze, was heißt das auf Englisch, bitte? Ja, nee. Oder Deutsch. Du, ich weigere mich, dieses vier Zeilen lange Ding auszusprechen. Gibt's da keine englische Extra-Übersetzung? Ah, nee. Es hat wahrscheinlich... Also, es gibt halt wahrscheinlich das auch noch nirgendwo im englischen Bereich. Deswegen haben wir da noch keinen offiziellen englischen Titel für. Ja, okay, ich kann's mal so umschreiben, was das heißen soll, ne? Also, ein ganz fleißiger kleiner Dorfjunge, der nicht von irgendjemandem geachtet oder belohnt wird für seinen Fleiß. Und dann wird er aufgesammelt von einer Adligen, ne? Und dann, ja, dann... Cool, dann würde ich die Story nicht mehr beschreiben. Ja, ich mein, im Endeffekt ist es einfach nur ein Satz, der es so wörtlich sagt. Also, es ist dämlich. Könnt ihr nicht irgendwie... Ja, irgendjemand hat irgendwann mal verwechselt, was eine Inhaltsbeschreibung und eine Überschrift ist. Und seitdem ist es ein Ding geworden. Seitdem werden wir das nicht los. Ja, es ist wirklich furchtbar. Ja, das soll jetzt halt eine Anime bekommen. Ich mein, Matze hat euch im Prinzip auch gerade Inhaltsbeschreibung gegeben mit dem Vorlesen des Titels. Okay, dafür sind solche Titel eigentlich nicht gerade unnützt, das muss ich sagen. Aber sie sind schrecklich, wenn man danach suchen möchte. Ja, ist von dem gleichen Autor wie My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1. Was auch schon eine Anime bekommen hat. Ich glaub, dieses Jahr auch. Ja. Also, wuhu! Wie Mario sagen würde. Nee, der würde sagen, wuhu! Ja, okay. Dann haben wir noch Add Sauna und Sauna. Ich hab schon wieder keine Ahnung, was das soll. Warum ist da ein Und-Zeichen und ein Sauna? Was soll das? So, dein Brand-Marke sollte für jemanden, der den noch nie gehört hat, sollte der auch verständlich sein. Heute haben sie es echt. Sie haben es echt heute mit unseren Dingern. Auf jeden Fall. Das ist eine Brand von Hokkaido Cultural Broadcasting Company. Also, einem Fernsehstudio-Produzent ansässig in Hokkaido. Und deren Maskottchen, beziehungsweise das Maskottchen von dem Sauna-Brand, ähm, bekommt ein TV-Anime. Das wird dann wahrscheinlich auch nur so ein Kurzding, schätze mal zwei, drei Minuten. Es gibt nämlich auch schon einen ersten Trailer. Und das ist halt so ganz, ganz simple Flash-Animationen. Mhm. Ähm, auch nur ganz, ganz schlicht und simpel gezeichnet. Höchstens die Umrisse und dann alles einfarbig koloriert. Ja, aber irgendwie, der Bär mit dem gelben Hut sieht deprimiert aus. Deprimiert? Ich weiß nicht. Der guckt irgendwie traurig daher. Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Ich finde nicht, dass der traurig guckt. Vielleicht ist es nur in diesem einen Poster-Ding. Ja, stimmt. Wenn ich das Video mir angucke, ist es nicht so. Okay. Okay, aber da ist halt leider nichts wirklich Interessantes. Das ist, ja, wie wenn du Meilzel-Männchen-Kurzfilme machen würdest. Ja, so in etwa ist das. Also, im November sollen diese Kurzfilme rauskommen auf dem Hokkaido Cultural Broadcasting Channel und auf dem YouTube-Channel. Wird es ja dann auch zu sehen geben. Yippie. Jo. Was wir noch haben ist Kenji Iwasawa, der ist das Schirr von Ongaku, von Our Sound, was es immer noch nicht wirklich irgendwo in Deutschland sonst zu sehen gibt, außer halt das eine Mal beim Nippon-Filmfestival, bei der Nippon-Connection, was ich sehr schade finde. Die Amis haben eine Blu-Ray, wir nicht. Nee. Ist gemein. Auf jeden Fall, ganz, ganz toller Film, Ongaku. Und der Regisseur davon hat jetzt angekündigt, dass er an noch einem Film arbeitet. Wir hatten schon vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass er einen Film namens Hina is Beautiful angekündigt hat. Das war im April. Mit dem Drehbuchautor von Drive My Car. Was ja auch einen Oscar. Nee, nicht bekommen hat er es nominiert. Oder hat er es auch einen bekommen? Ich glaube, der Film hatte einen bekommen. Und er als Drehbuchautor war auch nominiert. Ich weiß es nicht mehr. Möglich, möglich. Auf jeden Fall, ja. Das wird schon angekündigt. Und jetzt hat er halt gesagt, er arbeitet an noch einem Film. Der ist auch schon in Produktion. Und der wird wahrscheinlich vor Hina is Beautiful rauskommen. Er kann nur noch keine weiteren Details geben. Wahrscheinlich nächstes Jahr wird er angekündigt. Meine Güte, ne? Der hat ja jahrelang viel mit Alleinarbeit an seinem Film aus Sound rumgearbeitet, ne? Ja. Und jetzt, wo er, ja, da durch den Erfolg eine ganze Menge Möglichkeiten bekommen hat, Produktionen anzuwerfen, macht er gleich voll Gas. Was, wir machen, wir machen gleich einen neuen Film. Nein, wir machen zwei. Ich finde es sehr, ich finde es auch sehr spannend. Also, Ongaku scheint ja auch, ihm einige Typen halt geöffnet zu haben in der Industrie dann jetzt. Ja. Und, äh, dass er direkt zwei Filme jetzt gleichzeitig Regie führt. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Bin gespannt, was das dann auch für Filme sind. Ob die dann noch so künstlerisch sind oder ob die dann tatsächlich von auch größeren Firmen dadurch etwas gestreamlinter werden. Jo, sieht man dann bald. Ja, da bin ich gespannt. Hoffentlich bald. Dann haben wir noch, ähm, Herbivirus. Das ist so ein ekelhaftes englisches Wort. Der Pflanzenfresser, ne? Ja, ein Drachenpflanzenfresser, der 500.000 Jahre lang unfair, äh, böse behandelt worden ist. Ne, zum Böse, wie gemacht wurde, ne? Ja. Äh, Herbivirus Dragon of 5.000 Years Gets Unfairly Villanized gibt's auch auf Crunchyroll. Ähm, das bekommen jetzt eine zweite Staffel. Das ist ja ne, das Interessante daran ist ja, dass es eine japanische Light Novel ist, die dann aber von, äh, Landstudio, ne? Eine Anime-Adaption bekommen hat. Also von dem chinesischen Studio, was auch unter anderem, ähm, Linklick animiert hat. Ja. Das heißt, tatsächlich jetzt im Moment hab ich da mehr Interesse dran, weil es gibt ne andere chinesische Serie, über die ich gestolpert habe, die heißt Let Me Check The Walkthrough. Und die hat sehr, sehr starke 80er-Jahre Slapstick-Comedy-Elemente, ne? Es fühlt sich wie Dragon Half an manchmal, so wie die da drin abgehen. Und deswegen, ich mein, wenn du Leute hast, die das können, ne? Dann ist auch so, eine Comedy-Serie, das stimmt fein, ne? Hm, mir hab ich noch nicht gehört jetzt, was du jetzt eben gesagt hast. Cool. Ach ja, chinesische Animationen. Wird auch zumindest schön, das ist auch im Westen auch immer. Ähm, mehr zu sehen gibt auch das alles. Hm. So, Hiberius Dragon, wie gesagt, das gibt's ja auch auf Crunchyroll. Auch mit deutschen Untertiteln und allem. Linklick gibt's ja auch auf Crunchyroll. Ja. Ja, ja, das heißt einfach nur noch mehr Anime. Was auch eine zweite Staffel bekommt, ist Campfire Cooking in Another World with my Absolute Skill. Juhu! Yes. Ähm, der lief ja auch am Anfang des Jahres. Die Mappa-Eigenproduktion im Prinzip, also basierend auch, glaub ich, auf einer Light Novel und einem Manga, einer Light Novel, glaub ich. Mhm. Ähm, und hat Mappa dann im Prinzip genauso wie Chainsaw Man komplett eigenständig produziert. Und find's dementsprechend spannend, dass sie die Campfire Cooking, äh, zweite Staffel schneller ge-greenlighted haben als Chainsaw Man. Ja, aber es freut mich, die Serie war großartig. Ja, Campfire Cooking in Another World war auch eine tolle Serie. Also, eine sehr sympathische Serie. Ähm, weiß ich nicht unbedingt, ob ich da so dringend unbedingt eine zweite Staffel so zu gucken brauche, ob sich das alles so auf, so, 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 ob ich, ob der Vibe der gleiche bleibt dann, wenn man das über so längere Zeit streckt, aber. Ja, also, du schaust es ja nicht unbedingt, weil du die Weiterführung der epischen Story haben möchtest, ne, so ist es nicht, aber. Die Serie ist halt einfach ein Vibe. Bei Chainsaw Man ist das anders. Da will man garantiert sehen, wie's weitergeht. Hui, hui. Ja. Das auch, ja. Was wir noch haben, Vampire Dormitory ist ein Manga, der ein TV-Anime bekommen soll, 2024. 2024. Ich meine, ich hätte den Manga dazu auch nicht allzu lange, fand ich allzu lange Zeit in der Monatsvorschau mal gehabt. Hm. Ähm, und ja, jetzt wurde halt ein Anime angekündigt, ähm, wo wir auch schon zumindest ein paar Details bekommen haben. Also, 2024 soll der rauskommen, ist fürs Fernsehen, wird gemacht bei Studio Blanc, die auch, ähm, in der letzten Saison, Ayaka, a Story of Bounce and Wounds, Wounds, Story of Bounce and Wounds gemacht haben. Man möchte glatt Bounce and Wounds sagen, weil das wäre dann so schön, das würde so schön von der Zunge gehen. Bau, wau. Ähm, was ja, äh, von, ja, den, von, von, von Produzenten, die sonst halt immer mit, ähm, Gohan zusammengearbeitet haben, produziert worden ist. Und, äh, auch Regie geführt von Obuyoshi Nagayama, der auch Ayaka Regie geführt hat. Und, ja, das ist halt eine Geschichte über ein Mädel, die hat irgendwie ein beschissenes Leben, lebt auf der Straße, verkleidet sich als Junge, damit ihr nichts passiert, oder damit ihr weniger passiert. Ähm, und ist ein, äh, 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 und dann gibt's halt einen Vampir. Und der findet sie und, äh, bringt sie mit in das jungen Dormitory für die Schule, auf der er ist, was vielleicht für Vampire ist, oder weiß ich nicht hundertprozentig. Ähm, und sagt dann, er, dass er verspricht, ihr Geheimnis zu bewahren, also niemandem zu erzählen, dass sie ein Mädchen ist und sie auch im Jungstorm dann leben darf, wenn sie, äh, ihn, äh, ihr Blut trinken lässt. Ja. Oh ja, das ist wirklich relativ typische Shoujo-Story, ne, aber, äh, ja, sehen wir mal. Ich mein, immer wenn ich Vampire sehe in Anime, da ist erst mal hier so, so, bin ich erst mal vorsichtig. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich hab zu viel Unsinn gesehen. Hä. Hä, hä, hä. Ja, äh, mein, ja. Der Zeichnstil von dem Manga sieht relativ klassisch aus, wo ich mir das nochmal vorhin angeguckt hab, also wirklich so, können auch so aus den 2000ern sein. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt das, äh, eine Bild, was jetzt schon von der Anime-Adaption gezeigt worden ist, das eine Key-Visual anguckt, sieht ja schon etwas modernisierter aus, etwas anders aus. So, ähm, fängt ganz diesen Stil ein von dem Manga, äh, was jetzt, ja, ist dann halt ein bisschen anderes Stil, finde ich jetzt auch nicht bei der Welt, keine Ahnung. So, ist sowieso eine Serie, wo mich die ganze Prämisse allein schon nicht so interessiert, weil das immer solche, äh, solche Shoujo-Stories, mhm, die solche komischen Power-Fan-, also so, beziehungsweise eigentlich Anti-Power-Fantasien sind. Ja. Wo man ja die jetzt Geschichte erzählt aus einem Mädchen, deren Kraft ihr weggenommen wird, sozusagen. Ich bin ihm ausgeliefert. Oh, nee. Immer ein bisschen questionable. Naja, ähm, und was wir noch haben, ist eine Light-Novel-Reihe namens I Want to Escape von Princess Lessons, die auch einen TV-Anime bekommen soll. Und, äh, da wissen wir jetzt noch keine weiteren Infos dazu. Ich kann euch nur sagen, es geht in der Geschichte um eine Prinzessin, die schon vermehlt wird im Alter von sieben, ähm, beziehungsweise eigentlich, also, war sie zu dem Zeitpunkt vorher noch keine Prinzessin, sondern sie normale Bürgerin, die vermehlt wurden jetzt an den Prinzen, als sie noch sieben war, und eigentlich keinen Bock auf das ganze royale Leben, dann hat, weil das so strikt ist und alles, und dann sieht sie, wie der Prinz mit einer anderen Frau nach Hause kommt und denkt sich so, ja, geil, der hat eine andere, ich kann abhauen, ähm, und will dann auf, äh, auf dem Land leben, aber dann kommt der Prinz zu ihr zurück und sagt, sorry, es tut mir alles leid, komm doch wieder zurück. Mhm. Ja. Und dann ist sie im Dilemma verfangen, ob sie jetzt mit ihm zurückgehen soll oder nicht. T士, Gott, ist einfach ein Opa voller Power. Ja. Mehr kann ich dazu halt auch noch nicht sagen. Passt. Da sehen wir dann einen Trailer oder so wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber kommen wir zu den, zu den Infos, zu den Updates, die wir euch noch geben können. Zum einen können wir wieder ein zympanisches Kino schauen, wo One Piece Film Red seit dem 20. Oktober wieder läuft. Ein Monat langes Encore-Screening, so Zugabe, kommen wir jetzt nochmal. Und jetzt hat sie 20 Milliarden Yen-Marke geknackt dadurch. Glückwunsch. Jetzt haben wir das überhaupt zählen lassen, ne? Ja, ist es überhaupt erlaubt, dass man nochmal zurückgeht und dann sagt, ah, das gehört zum Gesamteinspielergebnis. Naja, okay. Es ist, ja. Ach ja, ist schon witzig, ja. Also es sind jetzt nochmal 300 Millionen Yen zumindest dazugekommen, seitdem die Encore-Screenings gestartet sind, wodurch sie dann halt geknackt hat, die 20 Milliarden Yen. Meinetwegen ist damit immer noch insgesamt der viertbeste, bestverdienste Anime-Film weltweit vor Howl's Moving Castle. Das ist Wahnsinn. Ich finde es besonders Wahnsinn, dass als sie ihn zurückgebracht haben, hat er an dem Wochenende, wo er rauskam, gleich mal wieder Platz 1 der Kino erreicht. Das ist wild. Ja. Ach jo, soll er sie machen. Was haben wir noch? Wir haben Gushing of the Magical Girls. Ist jetzt ein neuer Trailer rausgekommen. Wir hatten ja eigentlich schon mal in der Vergangenheit ein bisschen drüber geredet. Es gab auch schon Trailer und alles. Das einzige Neue, was dieser Trailer im Prinzip zu bieten hat, ist, dass die Serie im Januar nächsten Jahres dann kommen wird. Also direkt in der nächsten Saison dann. Ja, da werden dann die Magical Girls fetischisiert. Aber das werden sie in der Regel eigentlich immer. Hier nur noch mehr als sonst. So, was haben wir noch? Wir haben, genau, das japanische Meme, Shin Yanaika, basierend auf einem alten Manga, der halt aus den 80ern, Boys Love Manga, der so schlecht war, dass er zu dem Meme in Japan geworden ist. Es gibt auch zum Beispiel so ein, so ein bestimmtes Gesicht aus dem Manga, was man sicherlich, wenn man auch japanisches YouTube oder sowas schaut, schon mal gesehen hat. Mhm. Ähm, weil das halt, ja, viel, viel in der japanischen Popkultur halt heutzutage noch verwendet wird. Und jetzt ist für diesen Film, zu der Filmankündigung, zu dem wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gesprochen haben, weil es von Pierre Ito gemacht wird, ähm, der auch Candermaster Ken und so ein paar andere, äh, sehr quatschige Filme vorher gemacht hat, in quasi Eigenproduktion. Und, äh, jetzt ist Shinya der Kanal für den 1. April 2024 datiert worden, was sehr passend ist. 1. April-Scherz. Aber ja, das Poster zu ist wild, ne, so dieses Charakterdesign aus den 80ern zu sehen. Sieht, es sieht schon sehr witzig aus. Das ist jetzt eine All-Ages-Version, die dann im Kino gezeigt wird. Würde ich mich glatt interessieren, ob sie denn noch eine nicht-All-Ages-Version machen. Wahrscheinlich eher nicht. So wichtig ist mir das dann doch wieder nicht. Naja, äh, was haben wir noch? Shin-Chan wird zum japanischen Simpsons im Prinzip, denn was wir jetzt haben, ist, ähm, zwei Gastauftritte, die es in letzter Zeit gab und geben wird. Und zwar ist schon, ähm, in der Folge am 28. Oktober die K-Pop-Gruppe Tomorrow Together drin vorgekommen und hat sich da selbst gespielt. Und jetzt in der nächsten Folge, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr uns hört, an der Folge morgen, quasi am 4. November, ähm, kommt der NBA-Spieler Rui Hachimura drin vor. Der, der die Welt rettet von einem Meteoriteneinschlag. Ja. Das Ganze spielt dann in einer Los Angeles-ähnlichen Stadt. Dann hat Shimura für die Los Angeles Lakers spielt. Und, ähm, ja, Shin-Chan und, ähm, das Schwein Simon. Und hat Shimura sich darüber treffen, dass sie alle hungrig sind und dann im Fernsehen sehen, dass ein Meteorit auf die Erde einschlagen wird. Naja, äh, okay. Ist ja ein netter, netter Publicity-Stunt, ne? Ist ja, ist ja putzig, aber, äh, es ist dann doch nicht exakt dasselbe wie bei den Simpsons, wo jeder Charakter, der sich da traut vorzukommen, irgendwie durch den Kakao auch gezogen werden muss. Naja. Aber ja. Ich weiß noch nicht, ob muss tatsächlich. Aber, also, ein Werbungspieler. Mal ein Video wurde es nie, ne? Also, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Also, modern Simpsons, so, mh, ist schon eher so eine ziemliche Zelebration von, von der Celebrity-Culture geworden. Oh, okay. Ja. Äh, und, ja, Shin-Chan sieht dann halt auch so ein bisschen aus. Mal sehen, ob es dann weiter, in Zukunft weiter noch solche Gastauftritte geben wird von irgendwelchen Dingen in Shin-Chan oder in anderen, solchen langlaufenden, japanischen. Serien im Kinderfernsehen. Naja. Ja. Naja. Ähm, was wir noch haben, wir haben einen Stimmenwechsel bei Sasai-san. Ui. Ist eine Sache, die uns jetzt eigentlich gar nicht so, so wirklich betrifft, weil im Westen können wir die Serie ja nicht unbedingt auf legale Weise gucken. Und die Japaner können sie ja auch nicht unbedingt viel gucken, weil sie nur jede Woche einmal im Fernsehen läuft und, äh, die Mangaka damals verboten hat, dass sie sonst weiter präserviert wird. Vielen Dank. Ähm, und jetzt wird, werden zwei SynchronsprecherInnen ausgetauscht. Und zwar einmal die Rolle von Hanako Hanasawa, die vorher von Keiko Yamamoto gesprochen worden ist, die halt mittlerweile auch schon relativ alt ist und die das seit 1972 gemacht hat. Also jetzt seit 51 Jahren. Mhm. Und, ähm, da kann man schon mal irgendwann sagen, dass man keine Lust mehr hat. Ja, ich meine, sie ist jetzt 80. Es könnte, also, kommt darauf an, was du für eine Person bist, aber 80 ist in Ordnung, wenn du sagst, ich möchte Ruhestand haben. Und die Figur wird jetzt stattdessen gesprochen von Kumiko Watanabe, die zumindest 22 Jahre junger ist und, ähm, ja, auch schon in einigen Anime vorgekommen ist. Inuyasha Shippu spricht, ähm, das habe ich vorhin noch geguckt, in der aktuellen Bonobono-Serie Bonobono. Ja, so ein paar andere Dinge. Es sind gar nicht so viele Anime-Credits, aber auch viel bei solchen langlaufenden Serien. Ähm, und halt noch eine andere Rolle von irgendeinem Lehrer, Isasaka, Isasaka-Sensei, ähm, wo der vorherige Synchronsprecher seit 2009 zumindest dabei ist, also auch seit 14 Jahren jetzt schon. Mhm. Es ist, Zeit wird seltsam, wenn es so lange vorangeht. So ist es, so ist es. Was wir noch haben ist ein erster Trailer für Spy Family Code White, den Kinofilm, der am 22. Dezember in den japanischen Kinos starten soll und uns ein herrlich weihnachtliches Setting auch verspricht. Ja, man sieht, dass sie auf so einen Weihnachtsmarkt gehen, der auch definitiv von so europäischen, schrägstrich deutschen Weihnachtsmärkten inspiriert ist. Ja, ja. Ja. Und dann kommt halt die typische Agenten-Action dazu. Ist ja ein Weihnachtsspezial, eine Sonderausgabe, ne? Sozusagen, ja. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ist das Teil von Manga-Geschichten oder haben sie sich da selber was aus den Filmen? Nö, das ist ein Original-Plot von Manga-K geschrieben. Ah, okay, okay. Ja. Aber ja, ja, der Trailer sieht gut aus. Ich meine, ich fände sofort natürlich an mit Anja, ne, wie sie eine Fratze zieht, ne? Also wissen wir alle, dass es gut wird. Passt. Ja, ich meine, ist wie immer halt gut produziert von den Spy-Family-Sachen. Der hat am Ende so eine coole Animation drin, die so komplett in starken, kontrastreichen Farben gesetzt ist. Ist wahrscheinlich dann irgendwie Teil des Openings oder so vom Film, schätze ich mal. Hm. Ähm, aber ja, ja. Also, sieht wirklich cool aus. Spaßiger Film. Kann er sich wahrscheinlich wieder nett angucken. Hoffentlich kommt er auch schnell in den Westen rüber. Ja. Dann. Tiss Time for Torture. Wo es darum geht, dass eine Prinzessin gefoltert wird. Das ist die Storyangabe der Serie auch. Ähm. Wird ja gemacht von Pine Jam. Die, äh, ist ein sympathisches kleine Studio, was immer ganz tolle Sachen animiert. Ähm. Was haben die, haben die dieses Jahr schon was gemacht? Ich glaub, ich glaube nicht. Das letzte müsste immer noch das Do-It-Yourself gewesen sein. Ähm. Ähm. Ach nee, die haben auch Kobo-san dieses Jahr gemacht und Paradox Live in der aktuellen, ähm, Saison. Okay, hab ich gar nicht mitgekriegt. Fleißig. Fleißig. Ja, und da sehen wir jetzt den Trainer halt für ihre nächste Serie, dann Tiss Time for Torture, die im Januar 2024 kommen soll. Und, ja, sie sieht halt wie typisch von Pine Jam sehr gut produziert aus, auf jeden Fall. Ähm. Also sehr gut gezeichnet generell und animiert und alles. Und zeigt halt, was für eine Art von Folter wir in der Serie erleben können. Ja. Wenn es darum geht, dass der Dämonenkönig seinem, äh, seiner Untertanen sagt, isst was Leckerhaftes vor ihr. Und sie wird dann neidisch. Da wird lauter Köstlichkeiten vor ihrer Nase verspeist und sie darf nicht. Also, ja, das, ähm, ich meine, eine Serie, die sich darauf, äh, ihren, ihren Spaß darauf basiert, dass die Protagonistin gequält wird, kann halt zweierlei Wege gehen. Ich meine, ja, Schadenfreude ist aber so ein Standardding bei Slapstick-Unsinn, ne, und das ist, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sie gut behandeln. Sie ärgern sie nur und triezen sie die ganze Zeit. Das geht sicherlich auf die, auf den, auf den besseren Weg von beiden geht diese Serie hier. Ja, ja, ja. Ähm, was wir noch haben, Mysterious Disappearances ist jetzt der erste Trailer veröffentlicht worden. Und, ähm, die Ankündigung, wer eigentlich so dran arbeitet, zwar wird die Serie animiert bei dem Studio Zero-G. Regie geführt von Tomomi Muchizuki, der auch bei Zero-G Battery, die Animation-Regie geführt hat. Ist, ist, leider, aber vorher eigentlich sehr viele coole Sachen, äh, Regie geführt hat. Ähm, schon, schon seit den 90ern unterwegs ist. Also, House of Leaves hat er auf jeden Fall in den 2000ern gemacht, das hatte ich vorher noch so gesehen. Ähm, 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 die erste Episode von Twilight Q, darüber haben wir ja im Anime-Slam-Podcast zu, zu Anthologien gesprochen. Mhm, wie ist das? Ähm, genau, äh, Ocean Waves auch, Ocean Waves. Mh, der hat eine Menge Zeugs gemacht in den 80er-Jahren, ziemlich, äh, viel, wie zum Beispiel Dirty Pair. Dirty Pair Flash, ja. Dirty Pair Flash war ein 90er, genau, ja. Kimagure Orange Road, auch ein sehr, äh, 80er-Jahre-mäßiges Ding, ne? Hm. Weiter dabei, der Mann, weiter dabei. Ja, macht halt heutzutage, ähm, nicht mehr so viel und wenn, ist es dann halt leider sowas wie Battery-Di-Animation. Hm. Ähm, und ja, jetzt halt Mysterious Disappearances, wo eine großbusige Frau und sein, äh, ihre Assistentin in einem Bücherladen auf, äh, Detektive machen. Und dieser Trailer ist okay. Ja. Sind ein paar stilisierte Sachen so drin, so die ganze letzte 30 Sekunden sind durch so einen, äh, VHS-Filter gerast. Hm, hm. Ja. Ja, das wird so eine Serie, wo, wo es halt dann drauf ankommen wird, vor allem, wie gut die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren geschrieben ist. Ja. Hm, du, ich weiß nicht, ich, kann ich mir das so nur einbilden, dass ich nicht aufgepasst hatte über die letzten 10 Jahre oder ist in letzter Zeit eine Menge Detektiv-Zeugs im Anime immer zu finden, regelmäßig, wirklich, überall. Hm, müsste ich jetzt halt mehr drüber nachdenken, ob es vorher weniger gab. Hm, es gab nicht gerade immer, also es war schon immer da, ne, weil, logischerweise, ne, der große, erfolgreiche Detektiv-Kram wie Detective Conan, der ist seit Jahrzehnten unterwegs und sorgt dafür, dass das Genre niemals ausstirbt. Hm, hm, hm. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass jede verdammte Saison was dabei wäre und hier, ja, wird auch andauernd immer was angekündigt. Hm, naja, naja, ähm, bisher gibt es, glaube ich, noch keine feste Season, 2024 soll der Mysterious Disappearances dann irgendwann rauskommen. Ähm, ja, wie gesagt, wird, wird definitiv drauf ankommen, wie gut die Fälle sind und wie gut die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren ist. Ich finde, die Charakterdesigns sind eigentlich nicht so schlecht. Mhm. Protagonistin, das habe ich das Gefühl, ist so eine Figur mit einem relativ großen Busen, wo das gar nicht so sehr sexualisiert wirkt in ihrem Design. Äh. Also, es sieht jetzt nicht aus wie zum Beispiel Ocultic 9. Nee, nee. Also, der Trailer lässt aber auch nicht wirklich viel, ähm, ja. Ja, das füttert einen auch nicht wirklich an. Das ist so ein bisschen das Trauerige an dem Trailer. Da gibt es jetzt nicht wirklich das eine so Richtige zu sehen, wo man jetzt sagen würde, das macht die Serie besonders. Ja, ja, ist nicht viel da zum rein Interzipitieren. Na gut, soll so sein. Ai, 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 was haben wir noch? Eine weitere Stimme, die wechselt. Und zwar Hello Kitty. Mhm. Megumi Ayashibara wird nach 33 Jahren, äh, aufhören, die Stimme von Hello Kitty zu sein. Am 1. November hat sie angefangen, 1990. Und jetzt, ähm, am 1. November 2023, hört sie auf, ähm, hat sie halt in allem Möglichen dann dementsprechend halt, ne, gesprochen, in Werbungen, in Anime-Auftritten und Filmen und sowas, ähm, und Spielen und irgendwie so. Aber Ayashibara ist auch eine bekannte Synchronsprecherin auch außerhalb von, ähm, von Hello Kitty. Zum Beispiel in Detective Conan als Ai Haibara. Ähm, ich hab vorhin auch wieder noch ganz viel anderes gesehen, aber halt auch auf jeden Fall, ja, einige Pokémon in Pokémon. Und auch Musashi in Pokémon. Ähm, Ranma, genau, die weibliche Ranma in Ranma 1.5. Ja, natürlich für die ganze Welt auch sehr gut bekannt aus Evangelion, ne, und aus vielen Gainax-Produktionen. Und als ich angefangen hab, hier irgendwie Anime und Manga zu sammeln, war sie schon, galt sie schon als eine der wichtigsten, größten Synchronsprecherinnen. Sie hat dann irgendwann gesagt, oh ja, so viel neues Zeug, das mach ich nicht, weil, ja, sie tut genug. Und anscheinend, ja, geht's jetzt auch eher in Richtung von wegen, ah, ich brauch nicht so viel Arbeit. Ich hab lieber meine Freizeit. Was soll sie machen? Ich mein, wenn du dir die Liste an Rollen anschaust, die sie übernommen hat, egal, ob's nur in Anime ist oder auch in, äh, Live-Action oder in anderen Sachen oder in Videospielen, ist gigantisch. Ich guck grad mal, was sie aktuell, was sie aktuell so noch gemacht hat, was am aktuellsten ist, wo sie mitgesprochen hat. So, ich sortier das mir jetzt hier grad mal, Startdatum. Das ist die falsche Richtung, most recent, da, so. Äh, sie spricht immer noch Hannah, ach ja, Hannah, Hannah spricht sie in der aktuellen Shaman King-Version, ich glaub, in der vorherigen Serie hat sie eine andere Figur gesprochen. Hm. Ähm, okay, in Baki spricht sie auch eine Figur. Ah ja, einige Pokémon halt, wie gesagt. Ah ja, Haibada halt seit Anfang des, äh, von, von, von Detective Conan. Ah. Ah, Rey, deswegen hat's Evangelion gesagt. Okay, das hatte ich vorher nicht gesehen. Rey und Pen-Pen, das ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, ich mein, 33 Jahre, die Stimme von der Maskottchen zu sein, ist schon ziemlich lang. Ich mein, wir hatten ja jetzt schon andere Synchronsprecher, die halt nach 50 Jahren aufgehört haben. Eben schon, also nicht nur auch im Falle von Sasai-San, sondern was hatten wir, letztes Jahr war das, glaub ich, oder war es vorletztes Jahr, und der Synchronsprecher von Jigen aufgehört hat. Ja. Ähm, ist krass, wie lange manche dabei bleiben, also halt wirklich mehr als die Hälfte ihres Lebens. Ja. Ja, ja, einige Synchronsprecher, einige Stimmen sind einfach unsterblich in den Ohren der Leute, ne? Ja. Ich glaub, wenn die Stimme von Pikachu auch wechseln würde oder so, das würde man auch hören. Oh, ja. Oder wenn die Stimme von Mario wechseln würde, oh Gott. Oh, 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 okay. Ist da was passiert? Ach. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch einen Zombiefilm. Oh, oh. Basierend auf einem Roman aus den 70ern. Der ist, ähm, schon im September angekündigt worden, hat nicht viel Coverage sonst so bekommen, weil das wieder so, was eine sehr kleine Produktion ist. Ähm, jetzt ist der erste Trailer oder Teaser für den Film rausgekommen. Er heißt, Who Said Death Was Beautiful? Und man sieht halt, es ist so ein Film mit viel Motion Capture, ähm, also wo Motion Captured wurde und das dann auf so CGI-Modelle halt die Bewegung drauf getan. Das sieht halt, ja, ich hab in den Trailer vorhin reingeskippt und ich dachte mir, wieso sieht das so aus? Weil die Modelle sind nicht sonderlich gut, also die sind wirklich, wirklich nicht gut und, äh, das ist von den gleichen Leuten, die letztes Jahr diesen Juicy-and-Me-Film gemacht haben. Über diese, ähm, dickhäutige, also, äh, etwas, etwas dicker gewordene Frau, äh, die nach Japan gezogen ist. Ah, ja, ich kann mich halt so erinnern, so. Naja, darüber hatten wir auch in den News gesprochen. Und der gleiche Regisseur davon macht jetzt halt auch diesen Film und, ja, bei diesem, bei Juicy-and-Me war es ja dann auch schon so, dass, ähm, das halt so, ähm, alles Motion Capture gewesen ist. Und hier sagen sie dann Motion Capture irgendwie mit Generative AI, was immer das jetzt bedeuten soll. Ich muss aber zugeben, diese PlayStation-2-Ära-3D-Grafikmodelle, ne, die sie wirklich nicht so gut aussehen. Das sieht eher aus wie PlayStation-1-Cutscenes. Okay, aber schon ein bisschen härter. Aber, ähm, ich finde, die geben mit diesem, ähm, Performance Capturing oder Motion Capturing nicht so viel Uncanny Valley von sich wie andere 3D-Sachen. Das heißt also irgendwie ist, könnte es möglicherweise sogar funktionieren, aber da muss man halt auf diese Optik stehen. Und, ja, ne? Ja, ich finde, das sieht halt ganz seltsam aus, dass diese Bewegungen im Prinzip so smooth sind, während die Modelle halt furchtbar altbacken wirken. Das gibt mir was ganz, ganz seltsames. Da mag ich dann solches Motion Capturing wie Clock Tower 3 zum Beispiel eher. Hm. Was Capcom dann gemacht hatte, was, ähm, ja dann mit, ähm, Leuten gemacht worden ist, die diese Sentai-Serien auch machen. Und deswegen das total goofy Cutscenes hat, wo man wirklich sehen kann im Spiel, dass die Leute im Prinzip an Wires hin- und hergeflogen sind. An den Kabeln aufgehängt. Ja. Ja, ja, trotzdem, äh, ich hätte fast gedacht, wenn ich nichts dazu gelesen hätte, dass es absichtlich auf Retro getrimmt war, dieser Unsinn hier. Aber dann sagen sie halt, wir haben moderne KI-Intelligenz benutzt, um da hier, nein, dann denke ich mir auch schon, das ist einfach, ja. Ja, ich weiß halt auch nicht, wo jetzt diese KI da jetzt irgendwie drin vorkommen soll. Irgendwie in den Hintergründen oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil das Setting sieht ja an sich, also das spielt irgendwie halt nach einer Zombie-Apokalypse und die Menschheit hat eine Cure gefunden. Aber es gibt halt bestimmte Menschen, die können davon nicht geheilt werden, deswegen werden die dann quasi weggeschickt in ein, äh, in ein Abteil, wo, ja, wo die dann halt isoliert werden. Und deswegen sieht man in diesem Trailer auch irgendwie so eine Fuck-Up-Wall mit lauter Organen dran, wo auch so ein Zombie-Mädel dann drin hängt, was irgendwie so ein Visual halt auch aus Dead Space sein könnte. Ja. Was eine Sache ist, die ich an sich, so, ne, sowas könnte cool sein, aber diese Charaktermodelle sind halt, so wirklich, wenn es einfach bessere Charaktermodelle hätte, irgendwie anders stilisiert oder sowas, weil das Motion Capturing kann's ja lassen, dann wird's mich, glaub ich, weniger stören. Ach ja. Ich mein, um fair zu sein, sowas wie, ähm, Silent Hill ist auch mit Playstation 2-Grafik gruselig. Also? Silent, was heißt selbst mit, das sieht hervorragend aus, wirklich. Ja, okay. Also, Silent Hill 2 und 3 sehen heutzutage noch richtig gut aus und auch 1 hat wirklich starke Bilder. Ja, also, es liegt nicht unbedingt an der Technik, ähm, es liegt daran, wie man sie verwendet. Es ist so eine schöne Sache, die nennt sich Art Design. Mhm. Und da kann man halt aus dem, äh, Trailer hier nicht wirklich rauslesen, ob die da wirklich geile Szenen drin haben oder nicht, weil der Trailer ist relativ, meh. Ja. Am 22. Dezember soll dieser Film in Japan starten. Ich schätze mal, der bekommt auch nur ein relativ kleines Kino-Ding, ähm, weil nach der Sorte Filme sieht's halt leider aus. Hehe. Jo, und am Ende haben wir noch ganz frisch den ersten Trailer zu Doga Kobus' neuem Original-Anime, Jellyfish Can't Swim in the Night. Und da freu ich mich schon seiner Ankündigung wirklich drauf, weil ich, ich find, äh, weil das halt von Anfang an so Teasert mit so Live-Action-Material, die so sehr stilistisch halt eingefangen ist, irgendwie mit so Filtern drüber, die das Ganze so ein bisschen wie, ähm, solche, solche, ah, wie nennt man das nochmal, diese Kamera, die einem sofort ein Bild rausgibt, was man dann so beschütteln muss. Polaroid. Genau, was das Ganze wie so auch Polaroids teilweise aussehen lässt. Und, ja, das, 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 das hat halt, jetzt, wo ich auch diesen Trailer sehe, das hat so eine ganz, ganz tolle Ästhetik, die ich wirklich sehr gerne mag, weil das halt so, so moderne Jugend so ein bisschen einfängt, auf so eine hippe Weise. Ja, ich seh schon ein wütendes Rockermädel. Ja. Und das ist, das ist ganz, ganz toll. Also, ich mag die, die Kleidung, die die Figuren tragen, so die eine, die da in ihrer Hoodie-Jacke rumläuft und die, die da in so einem Cosplay mit so Teufelshörnern Rock spielt. Und das hat auch eine ganz tolle Atmosphäre, der Trailer, der Soundtrack, der ist von, ähm, ist jetzt noch angekündigt worden, von Masaru Yokoyama. Der hat auch den Soundtrack jetzt, äh, für, ähm, Tsurone, also den Film dann gemacht und für die zweite Staffel, wo ich den Soundtrack ja wirklich absolut hervorragend finde. Und auch für die Neuausgabe von Udosei Yatsura. Und dementsprechend ist das ganz so feinfühlige Musik, die ich total toll finde. Mhm. Und, ja, das ist, das, das scheint irgendwie so eine Story halt zu sein, wo es halt einfach um eine Gruppe so ein bisschen, so junge Leute geht, die kreativ sind in einer Großstadt, die nicht so wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und das ist genau mein Vibe. Also so ein Vibe-Check-Cast. Ich liebe, wie das aussieht. Wirklich. Wir haben immer noch keinen Startort, glaube ich. Doch, nee, der ist jetzt angekündigt auch worden mit dem Trailer. April. April 2024 kommt's dann raus. Ich bin super gespannt. Sehr schön, da muss man nicht lang warten. Ja. Dann haben wir noch zwei News-Ubsides vom Rest. Einmal haben wir leider wieder einen Todesfall. Und zwar hieß er ja, Nakayo ist gestorben im Alter von 50. Und die hat einen relativ bekannten Manga gezeichnet namens Hana Kimi. Der ist auch damals in Deutschland rausgekommen. Und ist sehr einflussreich in dem Sinne, es hat zwar nie eine Anime-Adaption aus irgendeinem Grund bekommen, aber das hat so mit dieses Genre so ein bisschen geprägt, von wegen Mädchen verkleidet sich als Junge in einem Boys-Dorm. Und die ist halt, ja, 1964 angefangen, Hana Kimi. Halt, stopp, stopp. 1964 kann ich stimmen. Äh, 94, sorry. Äh, ja, 94. Und, ähm, hat dann auch ganz viele Adaptionen bekommen in Sachen Live-Action. Also zwei japanische Live-Action-Serien. Zwischen den zwei japanischen Live-Action-Serien gab's eine taiwanesische Live-Action-Serie. Es gab jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine südkoreanische Live-Action-Serie. Ähm, die ganzen Live-Action-Serien, also egal welche davon, die sind auch in zahlreiche Länder dann übersetzt worden. Ähm, die waren also alle ganz, ganz große Erfolge. Ähm, Hana Kimi, beziehungsweise ich glaub, die Fortsetzung müsste das dann zu dem Zeitpunkt gewesen sein. 2007, ähm, war das der fünf erfolgreichste Manga insgesamt. Ein Platz hinter Death Note. Wow. Und das war halt eine ganz, ganz große Nummer, wovon man halt nicht so viel wirklich mitbekommen hat, weil das halt alles, oder zumindest ich nicht mitbekommen hab, weil das halt alles nicht so auf Anime rübergeschwackt ist, weil das halt keine Anime-Adaption einfach aus irgendeinem Grund bekommen hat. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt ist die Autorin leider im Alter von 50 Jahren gestorben, was definitiv zu früh ist. Ja. Auch wieder Herzprobleme irgendwie, weiß man nicht, ob wieder überarbeitet oder so, aber sie hat noch aktiv gezeichnet. Ähm, ja. Ähm, 2021 erst die neueste Serie angefangen. Ja, das ist immer tragisch, aber es ist nicht immer Herz, es ist nicht immer die Arbeit. Ähm, viele Japaner haben tatsächlich auch genetisch verdingt Herzprobleme. Ich meine generell Menschen. Ja. Nee, aber ich meine... Ich weiß nicht, ob das dann was, ob das damit was zu tun hat. Ich meine, ein paar Sachen hängen ein bisschen zusammen, wie zum Beispiel das Japaner genetisch eher, ähm, ja, schlank und ein bisschen zu, wer heißt noch mal, niedrigen Blutdruck neigen und sowas, ne? Hm. Hm. Okay. Naja. Ach ja. Und was wir noch haben, ist ein Synchronsprecher, der verhaftet worden ist. Okay. Weil ihm Fraud vorgewirfen wird. Betrug. Betrug. Ein, es heißt irgendwie ein spezieller Betrug. Es wird nicht weiter definiert. Hm. Was das jetzt auch heißt, keine Ahnung. Also die, die Talentagentur Baru hat es halt bekannt gegeben, dass hier alles, was der Synchronsprecher, ähm, also Junya Ikeda, ähm, aktuell so vorhat, gemacht hat, jetzt erst mal auf Eis gelegt wird. Der hat zuletzt in The Kingdoms of Ruin, eine Figur namens Ous, gesprochen, wird jetzt auch direkt ersetzt. Ui. Ähm, und ja, selber ist halt halt jetzt irgendwie im, im, äh, erst mal, ja, hinter Gittern irgendwie, oder er darf nicht mit Leuten von außerhalb reden, heißt es irgendwie. Ich weiß auch nicht, das klingt eigentlich nicht so nach was, was so üblich wäre in Japan. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass sie hier im Schadensbegrenzungsmodus sind. Ja, also Ikeda hat zuletzt zum Beispiel in Trigun Stampede Knives gesprochen und, ähm, ist er jetzt, äh, zu, zu inspiriert gewesen von Knives und selber kriminell geworden, keine Ahnung. Nee, er hat auch Joe in Digimon Adventure gesprochen, ähm, und, ähm, und war auch, ähm, in einigen Live-Action-Serien zumindest zu hören, da hat er ein Schwert gesprochen im, in Garo. Ja, und jetzt irgendwie ist das eine ganz komische Sache, weil man weiß jetzt auch nicht wirklich, was da jetzt los ist. Irgendwie halt Special Fraud, das ist toll. So, was soll das heißen? Ja, keine Ahnung, äh, kann sein, dass er irgendjemanden mit Kryptowährungen betrogen hat oder dass er irgendeiner Sekte geholfen hat, Leuten irgendwie eine Vase zu verkaufen, wo sie ihre Ahnen irgendwie kontaktieren können. Es kann allen möglichen Unsinn sein, der halt mal auf der Welt oder in Japan passiert, ne? Okay, ich seh grad auf einer japanischen News-Webseite, Yomiuri gibt's mehr Infos dazu, was der wohl angeblich gemacht haben soll. Und zwar soll er sich als Police Officer ausgegeben haben. Oh Gott. Was in Japan eine wirklich schlimme Straftat ist. Ja, ich mein, wäre bei uns auch nicht gerade so. Ja. Ich weiß gar nicht, wie streng es tatsächlich in Deutschland ist. Ich mein, es ist auf jeden Fall eine Straftat, ne? Ja. Sich als ein Begamter ausgeben, das gibt Ärger. Ja, er soll sich als Polizeiofficer ausgegeben haben, um einen Mann in Kotoko irgendwie zu betrügen, um damit er, um seine Kreditkarte. Und die haben anscheinend auch Kamera-Footage davon. Oh Mann ey. Okay. Jo. Das ist schon wirklich ein bisschen zu sehr inspiriert von Knives. Also, what the fuck. Ähm, ja. Genug bitte Boulevard-Kram, um wichtige Dinge zu tun. Ja. Wir können zum Beispiel über die Monatsvorschau reden. Die kommt jetzt dran. Jo. Wir fangen wieder an mit den Anime. Ich hab das diesmal so gemacht, ich hab für alles direkt im Vorhinein Kurzbeschreibung geschrieben, damit es jetzt nicht so lange dauert, weil das ist, glaub ich, auch nicht für euch so geil, wenn das jedes Mal eine halbe Stunde dauert. Ähm. Von daher, ich fang jetzt einfach mal an. Anime-Monatsvorschau. Wir starten am 3. November mit Canon von Filmkonfekt und das ist die zweite Kyoto-Animation-Adaption von der Visual-Arts, Visual-Novel, also im Prinzip der geistige Vorfahre zu Klanert, was sie dann ein Jahr danach animiert haben und 2002 vorher kam, oder 2003 vorher kam er und da genau spielt das mit rein. Canon, er klanert die großen Visual-Arts-Sachen. Ja. Am 9.11. hatten wir vorhin schon am Anfang, aber ich erwähne es hier nur nochmal, damit es vollständig ist, die Monatsvorschau haben wir Farming Live in Another World von Chaos im Anime. Wer Matses Worte aus irgendeinem Grund übersprungen hat, weil ihr alle ganz gemein zum Matze seid, ähm. Kann ich euch kurz sagen, es ist Dario Valley, trifft auf Isekai, trifft auf Harem. Pass. Am 10.11. haben wir Erzählung einer weißen Schlange von TG Vision Gate und das ist der erste Anime-Farbfilm aus 1956, basierend auf chinesischen Sagen, den man jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray kaufen kann in Deutschland. Wildes Ding, eher animiert wie so ein alter Disney-Film und ich liebe Anime. Am 16.11. haben wir Animes Privacy, der beste Anime gewinnt von KSM Anime und das ist ein Live-Action-Drama über das Anime machen, mit so einer Rom-Com mittendrin über zwei Leute, die auch In-Story-Anime machen, die produziert worden sind von Production IG. Ja, okay, wenn ihr das rüberbringt, könnt ihr auch Blue Blazes rüberbringen, ja, mit Hediaki Anno und seiner dummen Studenten-Geschichte. Aber wirklich. Ja. Am 17.11. haben wir Besebub von Peppermint Anime, geht so ein Schlägertyp, der zum Babysitter des Kinds vom Dämonenkönig wird. Jo. Am 17.11. ebenfalls mal Corpse Princess von Crunchyroll. Gainax hat die Geschichte einer Leichenprinzessin, Schlechterin der Untoten animiert. Ähm, ist glaube ich ein Manga vorher gewesen. Ja. Viel Action. Doppelte Usis. Balabalabala. Ebenfalls am 17.11. gibt's Danmachi 4, Part 1 von Anime House. Und ja, das ist halt die vierte Staffel dann der Harald-Sammelaktion im Dungeon. Ähm, ihr werdet Danmachi schon kennen, wenn ihr die vierte Staffel euch kaufen wollt. Sammelt der sich wirklich ein Harem an? Ich hab's nur die erste Staffel gesehen. Ich meine, das wär's, worum geht. Ich hab's bisher auch nur die erste Staffel gesehen, aber es kommen ja immer mehr weibliche Figuren zum Cast dazu, also... Aha. Irgendwas muss das bedeuten. Am 24.11. haben wir zwei Releases von Polyband-Medien. Einmal Freezing Vibration und das ist die zweite Staffel von einem Action-Edgy-Anime, basierend auf einem Manva. Und am 24.11. immer noch dann Infinite Stratos 2 und das ist die zweite Staffel des Action-Mekka-Edgy-Anime. Ja. Nicht basierend auf einem Manva. Und zuletzt am 24.11. haben wir Deep Sea von Leonine-Anime, was ein neuer Film, der auch dieses Jahr erst rauskam, von dem chinesischen Team hinter dem CGI-Monkey-King-Film ist, über die Munder des Meeres. Der Monkey-King-Film gibt's, glaub ich, auch auf Netflix, ist auch noch nicht allzu alt. Ja, ja, von dem Monkey-King-Film weiß ich ein bisschen was, aber von dem Deep Sea hab ich noch nie was gehört. Ui, ui, interessant. Dann kommen wir zu den Manga, zur Manga-Monatsvorschau. Wir fangen am zweiten an, das heißt, das ist gestern schon rausgekommen, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hören könnt, mit die Chroniken des Königreichs beim Manga-Kult. Und das ist die Geschichte über zwei Zwillinge, einer ist lebenslang eingesperrt, der andere ist stolzer Prinz und die tauschen ihre Rollen. Gezeichnet ist das Ganze von der Mangaka von Dokiosei und sieht dementsprechend sehr künstlerisch aus. Ja, fast schon ein kleines bisschen so wie Yostaka-Ananos-Stil, aber nicht ganz. Aber ja, dieses fernöstliche, dieses persische, kommt sehr gut drüber. Am dritten Elften haben wir Beast Complex bei Crunchyroll, das ist eine Kurzgeschichtensammlung von der Beastars-Manga-Kam über andere Promorphe Tierwesen und deren Alltagsleben im Prinzip ist kurz vor Beastars damals gestartet und ist im Prinzip so der Startschuss dann für Beastars gewesen. Am dritten Elften haben wir die Schneider des Gin Mokosei bei Crunchyroll, das ist eine Boys-Life-Geschichte über zwei Schneider. Sah eigentlich auch ganz nett gezeichnet aus, wen also die Kunst etwas interessiert und das Ganze mit einer homosexuellen Beziehung kombiniert. Am dritten Elften ebenfalls Metalist bei Crunchyroll, das ist ein Manga, wo auch demnächst eine Anime-Adaption zu kommen soll, über einen Jungen, der einem schusseligen Mädchen das Eislaufen beibringt. Nur Sport. Ja. Und am siebten Elften haben wir bis zwei Uhr morgens bin ich dein bei Egmont Manga, ist eine etwas explizitere Boys-Life-Geschichte über einen jungen Mann, der plötzlich zu seinem acht Jahre älteren Ich wird und ganz plötzlich auch neben seinem Schwarm im Bett liegt. Okay, das Cover davon ist gut, das ist irgendwie so Pop-Art-mäßig aus ein bisschen. Ja, das ist schön gezeichnet. Am siebten Elften immer noch bei Egmont Manga haben wir Feierabend mit einem Succubus, eine Rom-Com über einen Office-Arbeiter und einer Succubus, die ihm eigentlich die Lebensenergie aussaugen wollte, aber weil er so viel Stress in seinem Alltagsleben hat, hat er gar keine Lebensenergie mehr übrig. Und am siebten Elften Voice of a Distance da bei Egmont Manga, eine Neuauflage von der Manga-Adaption von Mankotoshinkais zweitem Kurzfilm mit wirklich herausragenden Zeichnungen von dem Mangaka von My Girl und Our Happy Hours. Also der ist super, super gut im Zeichnen. Also wirklich, ich finde es so gut. Am 8.11. haben wir die Releases von Tokio Pop. Da haben wir einmal Beast After School und das ist halt typischer Boys-Love-Smut über einen Musterschüler und dessen Werwolf-Mitbewohner. Okay, solange es kein Omega-Verse ist, ist alles okay. Da war es glaube ich mal kein Omega-Verse, ja. Am 8.11. immer noch Cheering Up in the Underworld bei Tokio Pop, eine Rom-Com über eine Gerichtsassistentin der Unterwelt, die zur Assistentin des Königs der Unterwelt befördert wird und sich in den verknallt. Am 8.11. auch immer noch mein Nachbar, der Herzensdieb, ein kluger Schwuler trifft auf heißen Gigolo, habe ich dazu geschrieben. Das sagt eigentlich genug aus. Am 8.11. Shaman King, The Superstar bei Tokio Pop. Das ist der mittlerweile dritte Mainline-Shaman King-Manga, der seit 2018, meine ich, läuft und das zweite Abenteuer von House Sohn, also den Protagonisten des ersten Teils, darstellt. Am 13.11. haben wir einmal Paper Toons mit No Love Zone. Ist ein Webtoon aus Korea über einen Office-Arbeiter, der sich in seinen Chef verliebt. Am 13.11. haben wir noch bei Altaverse Shoujo nach der Schule, wo es einem eine Shoujo-Liebhaberin geht, die erfährt, dass der Schulraudi ebenfalls auf Shoujo-Manga steht. Oh mein, die Prämisse haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, in unterschiedlichster Form, ne? Ja. Gezeichnet von der Magaka, von der Legende von Asfadeo und Liebe in Zeiten der Haisho-Era, was es auch beides bei Altaverse gibt. Am 14.11. haben wir Asahina-sans Bento bei Dokiko. Das ist eine Light Novel, die ist auch, glaube ich, relativ erfolgreich drüben in Japan, wo es über einen Jungen geht, der sich prostituiert, nachdem seine Mutter zum Nied wurde und sich Schulden angehäuft haben und der sich in ein Mädchen aus seiner Klasse verliebt, deren Bentos mehr schlecht als recht sind. Cool. Okay. Ja. Am 21.11. haben wir dann Harahara-sensei, die tickende Zeitbombe bei Panini-Manga. Geht's um eine Studentin, die von ihrem Lehrer betrogen wird, weil der Lehrer all die Arbeit von der Studentin als seine ausgibt. Anschließend wird sie zur Chemielehrerin in einer Highschool und plötzlich verschwindet aber ihrer Schwester im Rotlichtviertel und sie versucht alles, um sie wiederzufinden. Oh, das hört sich irgendwie ein bisschen kompliziert an. Ist das ein Thriller oder was ist das? Das ist ein Thriller, ja. Ah, okay. Am 28.11. haben wir dann einen Klassiker mit Angel's Sanctuary bei Carlson Manga, wo es um einen Jungen geht, der sich in seine jüngere Schwester verliebt, die er nur einmal im Monat zu Gesicht bekommt und dann von sowohl den Engeln als auch den Teufeln zum Auserwählten genannt wird. Ja, das Ding. Ist eine wilde Geschichte. Kenne ich seit Ewigkeiten. Sehr auf Provokation getrimmt und sehr beliebt gewesen damals bei den Damen. Ich weiß alles warum. Ja, die Manga-Karte hat noch einiges anderes so Provokantes gemacht wie Bloodhound und Alice in Murderland. Und sie hat unglaublich viele Einzelbänder, die auch in Deutschland zur Verfügung waren. Ja. Dann haben wir noch bei Carlson Manga am 28.11. Der Geschmack nach Melone. Und das ist die Geschichte über einen homosexuellen Clubbesitzer, der einen jungen Mann bei sich einziehen lässt, nachdem dieser mit seiner Freundin Schluss gemacht hat und keine Bleibe mehr hatte. Ganz, ganz tolle Zeichnung von dem Manga-Karte von Joy, was ich auch von nicht allzu langer Zeit, die glaube ich schon mal vorgestellt hatte in der Monatsvorschau, was auch ganz viele Kurzgeschichten über Homosexuelle in Japan erzählt. Dann noch bei Carlson Manga am 28. gestatten. Ich bin's, Isoji. Und da geht's über eine Zeichnerin und ihren liebevollen gelben Papagei. Also wenn man sich allein schon das Cover davon anguckt, was ich in dem Dokument falsch verlinkt habe, weswegen Matze sich das gerade nicht angucken kann. Ja, das passt schon. Ja, das passt schon. Ist aber sehr, ist ein ganz toller Papagei. Und noch am 28.11. haben wir Mord im Decagon bei Carlson Manga. Und das ist eine Houdanit-Geschichte über sieben StudentInnen, die Urlaub im zehneckigen Haus machen, wo vor sechs Monaten, nee, vor sechs Wochen, da habe ich mich verschrieben, der Besitzer getötet wurde. Geschrieben von dem Autor von Another. Also von dem Buch auch, von dem Original. Wunderbare Zeichnung dabei hier. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Am 28.11. immer noch jetzt bei Hayabusa haben wir Slam Dunk. Sie versuchen es doch mal. Ein absoluter Basketball-Klassiker über einen Schlägertypen, der es halt zu was im Basketball bringen will. Und am 28.11. immer noch bei Hayabusa Smoking Behind the Supermarket. Ein überarbeiteter Office-Arbeiter trifft nach Feierabend auf zwei Supermarktangestellte, mit denen er sich im Prinzip in den Feierabend raucht. Ja, da habe ich schon mal von gehört. Ja. Habe ich von gehört. Das hat irgendjemand im Internet mal belobt. Okay. Das soll cool sein. Ich habe mir vorhin die Cover davon angeguckt und das gibt mir eine tolle, so eine Atmosphäre, auf die ich stehe. So was, ja. Halt Menschen, die eigentlich, die nicht mehr so wirklich Bock haben auf Leben, aber nicht auf so eine suizidale Weise, sondern einfach, boah, ist das alles gerade anstrengend, so. Ja. Und dann haben wir noch zuletzt die Releases bei Duny Books am 28.11. Einmal Kummer, Kummer, Kummerbär, wo es um eine 15-jährige Millionärin geht, die zur Gamerin wird im Bärenkostüm in einem VR-MMO-RPG. Gibt es auch schon zwei Anime-Staffeln zu. Juhu. Und zuletzt am 28.11. Wäre sie keine Prinzessin, würde ich ihr eine verpassen. Eine Magierin und eine Schwertkämpferin begleiten die Prinzessin auf ihrer heiligen Reise. Leider ist die Prinzessin super nervig. Oh Mann. Man kann auch als Titel einen ganzen Satz nehmen und trotzdem cool sein. Das ist ein guter Titel, ja. Also den finde ich gut. Der ist abgesegnet. Und dann war's das mit der Monatsvorschau. Wir sind schneller durchgekommen als sonst. Meine Taktik hat funktioniert, hat mir zwar etwas mehr Arbeit gemacht, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Jo. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jede Woche immer noch auch Rolling Sushi am Mittwoch. Da geht es dann um News of Japan. Und jede zweite Woche gibt es am Mittwoch Anime Slam mit den Anime, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben, die Manga auch. Alles dabei. In dieser Woche zum Beispiel, wo dieser News-Podcast rauskommt, gab es am Mittwoch den zweiten Teil unseres Ghibli-Specials, wo wir über die Filme von 1994 bis 2010 gesprochen haben. Oh, Ghibli-Spezial. Immer gut. Ja. Wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao.